moin leute kleines update hier ja ich bin hier bei unserem bus bei den haben wir ja schon seit längerem hier als betriebsauto mit und da waren ja mal noch aufkleber drauf beziehungsweise die reste und wenn man hier mal so guckt hier so das war früher mal alles so richtig in farbe und schwarz und als wir das mit dem hochdruckreiniger runter gemacht haben sind halt die klebereste da geblieben hier unten auch noch so jede menge und hier so eine seite da auch noch alles klebereste ja und jetzt bin ich angefangen hier und muss feststellen also so ein aufkleber entferner geht echt gut habe ich hier so ein von presso hier so ein und ich bin echt begeistert du sprühst das hier ein bisschen mit ein lässt das einen augenblick einweichen habe das denn so zwei dreimal eingesprüht viel mehr macht damit nicht hier an der seite habe ich das eben auch schon gemacht hier sieht man schon da bin ich angefangen mit dem abwischen habe das auto auch nicht gewaschen muss ich auch dazu sagen so sprühe noch einmal über nimmst einen latten und schon geht das alles gut runter hier wie man so sieht und ja da Ja, muss ich sagen, war ich ziemlich begeistert von, wollte ich euch nur eben zeigen. Alles klar Jungs, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.